Jo! Ich freue mich! Das hier! Heute wird wieder gespielt, wer lacht, der kriegt einen Schlag auf seinen Kopf. Und zwar mit diesem Hammer. Dieser Hammer ist heute ohnehin zu... Hauen wir uns gegenseitig? Wir hauen uns gegenseitig. Ahhhh! Hahaha! So funktioniert's. Ein primitives Spiel. Ein sehr primitives Spiel. tief. Deswegen machen wir jetzt einfach weiter und legen los. Das hier ist, wer lacht, der kriegt einen Hammer. Deine Hände schwitzen voll. Du schwitzt. 3, 2, 1, Video startet. Okay. Du hast gelacht. Ich hab gar nicht gelacht. Das bist du. Du hast schon wieder gelacht. Ich hab gar nicht gelacht. Eine, guck mal, wie die waschen sich alle gegenseitig. Wie verprügelt der den nur? Nee, Mann, der wäschte ihn einfach nur mit absoluter Liebe. Alter, so als bin ich mal fast in Russland gefahren. Da war eine Schraube einfach, ne? K.O. Alter, Juggi, ist das ein cooles Zimmer. Oh mein Gott. Aber noch nichts zum Lachen. Aber es sind so Flashdosser und die haben sogar unten Leben. Small Children. Oh mein Gott. Und Gym Bro. Oh mein Gott, der hat sogar Ultimate. Oh oh. Hä? Hat die gerade durch die Maske... Niemals. Die haben durch die... Das sieht voll komisch aus, gell? Niemals haben die das gemacht, oder? Durch die Maske haben die sich den Mund geschnitten? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leben am Limit ist es. Leben am Limit, aber echt. Wieso macht er das denn nochmal? Das war's. Ist das ein iPhone? Das war's. Alter, aber es sah noch ganz aus. Es ist noch ganz geblieben, ne? Nein. Ich weiß nicht. Kenne ich schon. Stupid dog, you made me look bad. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, oh. Warum war ich da drin? Alter, der hat das Ei einfach geschnappt Und ihm ins Gesicht Alter, krass Nein Der hat da sein Handy reingeworfen Niemals Alter, ich würde so ausrasten Niemals Der hat da sein iPhone reingeworfen Oh mein Gott, das wird so lange dauern Bis der das da draußen hat Oder gar nicht halten Niemals Oh mein Gott Wurde der erste festgehalten? Das bist du der hintere Der schlägt ihn einfach intakt immer Ja, Mann Niemals Ist das ein weißer Porsche, Alter? Erstmal rückwärtsgang einlegen Der gönnt sich halt echt die Fahrt im Porsche einfach Oder ist es Mercedes? Oder ich weiß es nicht, Mann Was ist das für ein Geist, Alter? Siren Head, gell? Aber ich habe wegen dir gelacht Okay Okay Jo, niemals, Alter Okay Warum macht er das zu Hause an? Niemals Was hat die gemacht? Ich würde wieder hauen oder so, glaube ich Hä, warum? Ich hau dich jetzt, Achtung Bist du bereit? Ja Das war schon hart Oh, what are you guys up to? Oh mein Gott Die sind alle drei hängen geblieben Der beißt da nicht rein Der beißt da nicht rein Nein Niemals Ja Was? Alter Junge, das ist Knight Das ist ein Esel, ne? Das ist einfach Knight Rider Oh mein Gott Oh mein Gott Alter, er hat ja das gerade mit einem Longboard gemacht Niemals Was macht er? Alter, Alter Der ist Rekorde da drinnen Zurück zur Schule 2020 Alter, es ist halt echt Das ist true Es ist true Stimmt, was passiert eigentlich, wenn du dieses Jahr eingeschult wurdest? Wenn du dieses Jahr eingeschult wurdest, dann hast du echt das beste Schuljahr gehabt überhaupt Das ist ein richtiger Schwimmer Du schwimmst ja auch immer gerne So musst du trainieren, Mann Dann kriegst du die Gains Niemals, Mann Aber das trainiert man doch nicht so, ne? Aber auch Grau schwimmt trainiert er, gell? Der trainiert beides Alter Der hat gar keine Schuhe Alter, der ist auf Lego gelaufen Wie macht man so was? Wie animiert man so was, oder? Es ist so gut, guck mal Er ist einfach auf Lego gelaufen Hier habt ihr keine Schuhe oder? Wenn da einer jetzt locker lässt, bitte nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein. Oh mein Gott. Das ist ja schon extrem gefährlich. Das ist extrem gefährlich, man. Dafür braucht man, dann muss man von der anderen Seite Seile nehmen. Alter. Hä, aber das war doch nur Papier, oder? Ne, Mann, ich glaube, das war echtes Geld. Guck. Aber es ist eine andere Währung gewesen, wahrscheinlich. Das waren keine Hunderter. Das waren alles Hunderter. Aber es waren alles Hunderter. Das waren Hunderter, aber keine Euros. Ja, kann sein, das ist das. Das bist du. Ja, es geht halt mit den amerikanischen Dosen, geht das. Nein, das geht nicht. Doch, das geht, da geht es. Echt? Es geht auch mit manchen deutschen Dosen, geht es auch. Was? Die werden alle ohnmächtig, oder? Die haben sich, glaube ich, so eine Compilation angesehen, wo die alle so. Oh mein Gott. Es ist so dumm. Aber wie? Wie passiert so was, dass die einfach ohnmächtig werden? Weiß ich nicht, manchmal zu wenig getrunken oder sowas? Was macht der da? Der lässt gerade Stress aus. Achso, der macht so. Der nächste geht ins Gesicht. Oh nein, das sieht schon richtig. Bitte tu es nicht. Und Ade. Niemals. Wie kommt man auf so eine coole Idee? Lass mal aber sowas ausmachen. Grandma. Oh. Ich erschrecke mich die ganze Zeit vor mir selber. So, ein letzter. Warum? Ich habe nicht mehr gelacht. So, Leute. Das, meine werten Damen und Herren, war es es. Gibst du mir nochmal einen? Wir drehen durch, ja. Meine werten Damen und Herren, schlagt euch nicht gegenseitig mit einem Hammer auf den Kopf. Diese Stunts sind professionell von uns gemacht. Ja. Abonniert Roman. Abonniert Roman. Abonniert Roman. Abonniert Roman. Abonniert Roman. Haut rein, Leute. Ciao. Abonniert Roman.